Es ist menschlich, sich ein gutes Leben auf Erden zu wünschen. Welcher Vater wünscht sich das nicht für seine Kinder und für seine Enkelkinder? Welche Mutter wünscht sich das nicht für ihre Kinder und Enkelkinder? Das ist menschlich. Aber wenn man sich die Welt genau anschaut, weiß man, denn die Welt ist ein Ort des Todes, sie ist ein Ort des Leidens und das war immer so. Jeder kämpft hier um seine Existenz. Das ganze Spiel, das hier abläuft, ist die Wiederholung der Wiederholung der Wiederholung. Und wer das größere Bild zu sehen beginnt, dass uns die Geistesschulung von ein Kurs in Wundern und auch andere Geistesschulungssysteme vermitteln, der beginnt zu ahnen, worum es überhaupt geht. Nämlich zu erkennen, dass wir hier in einem Albtraum, in einer Form von Matrix gefangen sind und es einen Ausweg gibt daraus, aber dieser Weg ein innerer, ein geistiger Weg ist, der zwar durch die Welt hindurch führt, aber weit über sie hinaus. Die meisten Menschen sind und bleiben auch noch lange fixiert auf die äußere Welt. Sie hoffen. Sie hoffen, dass jetzt Widerstand sich regt, dass die Menschen sich nicht mehr spalten lassen, dass Geimpfte wie Ungeimpfte sich vereinen und gegen einen tyrannischen Staat angehen und sagen, Stopp, hier machen wir nicht mehr mit. Das ist unmenschlich. Das widerspricht dem Grundgesetz und der Menschenwürde. Das geht so nicht. Aber selbst wenn das gelingt, nehmen wir mal an, das gelingt. Und die ganze Sache läuft hier aus und Corona wird im neuen Jahr für beendet erklärt. Irgendwann oder in zwei Jahren oder in drei. Ich weiß es ja nicht. Selbst wenn es dazu kommt, was ist dann? Wir sind immer noch hier in dieser Welt. Sie ist immer noch nicht überwunden worden im Geist. Das ist der Punkt. Für mich geht es nicht um einen Weg von hier bis zur Tür. Nein, es geht über die Tür weit hinaus. Weit, weit, weit hinaus. Jenseits Sonne, Mond und Sterne. Weit hinaus in eine völlig andere Dimension. Und das ist vielen noch nicht klar, dass es eigentlich darum geht, ob wir eine Entscheidung treffen und hier in der Welt zur Materie erstarren wollen und uns mit der Materie völlig identifizieren wollen und dann noch Fantasien haben von der Verschmelzung künstlicher Intelligenz mit dem Menschen bis hin zu Humanoiden und so weiter und Robotern und all diese Fantasien, die ja eigentlich schon zum Teil Realität mittlerweile sind. Die Sache ist immer weiter fortgeschritten, als man denkt. Aber will ich in einer solchen Welt leben? Muss ich das? Muss ich hier bleiben? Nein, ich muss es nicht. Garantiert nicht. Denn ich werde gehen. Und das Gehen bedeutet natürlich, den Körper hier zu verlassen. Aber das ist leider noch nicht die ganze Geschichte. Da bin ich ja immer noch in der Sphäre derer, die zurückkommen, auch zurückkommen wollen. Auch diese nächste Ebene muss überwunden werden. Die Sehnsucht nach einem Körper, die Sehnsucht nach einer heilen Welt inkörpern. All das muss überwunden werden, um frei zu sein. Denn Freiheit gibt es nur im Geist. Im Höchsten. In der Schöpfung, die göttlich ist und sich göttlich nennen darf. Und das ist gewiss nicht unsere Welt hier. Sie hat mit Gott nichts zu tun. Sie ist eine künstlich animierte Welt. Wie auch immer sie hier entstanden ist, es hat mit uns zu tun und mit unserem Wunsch, eine eigene Welt zu haben. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Das berühmte Lied von Pippi Langstrumpf, das wir alle irgendwann mal singen und gesungen haben. Wir wollten eine Alternative. Etwas anderes, besseres, schöneres als den Himmel. Ich bleibe dabei. Ich befürchte, so ist es. Und wir haben da alle mitgemacht. Die, die wir hier zusammenkommen und aneinander und miteinander leiden, in Täter- und Opferverstrickungen, der ganze Film, das ganze riesige Drama, was hier ständig in der x-ten Wiederholung aufgeführt wird. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Nur die Perfektion des Wahnsinns. Aber Wahnsinn ist Wahnsinn. Man kann das noch steigern. Da ist noch Luft nach oben. Gewiss. Insofern, wenn diese äußere Krise, und sie ist natürlich auch eine geistige Krise, immer, aber wenn das Äußere überwunden ist, dann ist meine Sorge, die Leute fallen zurück in den Wohlstandsschlaf. Sie schlafen wieder ein, so wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg auch wieder eingeschlafen sind. Und der Wohlstand war ja dann das große Thema. Fünfziger, Sechziger, Siebziger Jahre. Da ging es dann so richtig rund. Man hatte Nachholbedarf. Nach natürlich, gewiss, schweren Zeiten. Aber was lernen wir denn nun daraus? Dass wir hier weitermachen können wie bisher? Ein bisschen verbessert, ein bisschen grüner, ein bisschen sauberer. Was sind das für Vorstellungen? Dass wir alle saubere Luft und sauberes Wasser und sauberen Boden wollen, ist sicherlich klar. Das ist doch gar nicht das Thema. Aber das ist nicht das eigentliche Ziel. Das sind Zwischenschritte, die auch wichtig sind. Ich bin für Permakultur, für gesunden biologischen Anbau. Natürlich bin ich dafür. Es sind Schritte, auf denen wir, durch die wir etwas lernen, durch die wir lernen, liebevoll mit der Erde und mit uns selber und den Kreisläufen hier umzugehen. Das muss geübt werden. Geistesschulung ist immer konkret. Wie gehen wir mit Tieren, mit Pflanzen, mit der Welt um und vor allem, vor allem miteinander. Und das sehen wir wieder. Es ist Krieg. Wir haben den Krieg jetzt da. Es sind faschistoide Strukturen errichtet worden. Ich habe eben gerade gehört, kein Anwalt darf in Deutschland mehr ungeimpft vor Gericht jemanden verteidigen. Damit sind auch alle Anwälte verpflichtet, sich impfen zu lassen. Das, was sich da Impfung nennt, zu nehmen. Damit sind die Ungeimpften vogelfrei. Wir haben eine vogelfreie Gesellschaft. Die können jetzt alle abgeschossen werden. Das ist die Situation. Und die ist in Österreich und in Frankreich wahrscheinlich und in Italien hier nicht viel anders. Das ist so. Da sind wir gelandet. Und das ist offenbar wichtig, dass wir diesen Prozess durchlaufen und das erkennen. Was machen wir da gerade miteinander? Wollen wir das wirklich? Jeder muss da Stellung beziehen. Jeder muss sich irgendwo positionieren und entscheiden. Mache ich da mit oder sage ich nein? Jede Erfahrung, die wir hier in dieser Illusionswelt machen, ist wertvoll, wenn wir die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Der einzige Schluss, der hier aus allen Erfahrungen zu ziehen ist, lautet, es bringt nichts. Wir drehen uns hier im Kreis. Wir werden den Himmel auf Erden nicht errichten. Es wird nicht funktionieren, weil es auch nicht funktionieren soll. Wenn man das Ego-Denksystem genau studiert hat, weiß man, es ist ein Mörderisches. Und die Revolution frisst ihre eigenen Kinder. Wir haben es im Rahmen der DDR und des Falls der Mauer gesehen. Die, die wirklich nachdenken, die darüber nachdenken, wie man eine bessere Welt bauen kann, die waren sofort niedergemangelt. Die waren sofort im Abseits, denn die Masse wollte nur eins, konsumieren. Freie Fahrt auf freien Autobahnen. Das ist menschlich. Sie wollten einfach mal satt werden. In den Baumarkt gehen und für 2000 Euro Geräte kaufen, beziehungsweise damals noch D-Mark und alles kriegen, was zu kriegen ist. Das verstehe ich. Nur, so kommen wir nicht weiter. Ich spreche ja hier letztlich den Einzelnen an. Und es sind wenige letztlich. Das ist schon klar. Ja, Kursschüler. Menschen, die ernsthaft das Ganze bereit sind, in Frage zu stellen. Unser ganzes Leben hier auf Erden. Wenn mich einer fragt, was ist der Sinn des Lebens? Ja, da kann ich nur noch betreten schweigen. Es gibt keinen. Letztlich gibt es keinen. Man könnte fragen, und was ist mit der Liebe? Naja, von Liebe haben wir keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Und wir wissen es im Moment nicht besser als das, was wir so zustande bringen. Besondere Liebes- und Hassbeziehung. Das ist das, was hier läuft. Jeder rechnet. Jeder ist auch ein bisschen berechnend. Das ist normal. Sich dafür zu vergeben, ist die einzig sinnvolle Antwort. Und um die Heilung des eigenen Geistes zu bitten, ebenfalls. Ja, wir brauchen geistige Heilung. Wir haben eine wahnsinnige Welt kollektiv projiziert. Und nun müssen wir auch die Verantwortung dafür übernehmen. Und dieser Wahnsinn wiederholt sich seit Jahrtausenden. Wie lang auch immer. In welchen Dimensionen auch immer. Gibt es immer wieder nur denselben Wahnsinn. Und ich stelle die ultimative Frage, beziehungsweise der Kurs in Wundern stellt sie. Können wir da aussteigen? Gibt es einen Weg aus dem Kino? Oder wollen wir weitere Filme sehen? Wenn diese Geschichte jetzt hier glimpflich noch abläuft und es keinen Bürgerkrieg gibt nächstes Jahr oder in zwei Jahren. Wenn das glimpflich abläuft und die Leute wieder zur Besinnung kommen und sagen, jetzt hören wir mal mit diesem Wahnsinn auf. Ja, Pandemie war gestern. Es ist gut. Wir werden mit viel Vergebung damit umgehen. Und wir wollen wieder normal, sozial, ruhig leben. Was wäre damit gewonnen? Relativ wenig. Die Frage ist ja, was für Schlüsse zieht man aus dem Ganzen? Ja. Tiefere Fragen, die jetzt anstehen. Was soll das Ganze? Wir erleben die Wiederholung, der Wiederholung, der Wiederholung. Wir sind wieder im Dritten Reich. Ja. Mich wird kein Anwalt mehr, der Ungeimpft ist, vor Gericht vertreten können. Das geht gar nicht. Ja. Und ich kann vor Gericht nicht für mich sprechen, weil ich da gar nicht erst reinkomme als Ungeimpfter. Ja. Das ist alles verrückt. Aber es war immer so. Das muss uns letztlich nicht wirklich, ja, aufregen oder beschäftigen. Ich weiß, wo ich hier bin. Ich bin ein Enttäuschter. Und das ist gut so. Das ist gut. Die Enttäuschung ist die Befreiung von einer Täuschung. Uns war hier was anderes verkauft worden. Ja, ja. Jeder hatte so seine Hoffnung. Blühende Landschaften, sagte Helmut Kohl, ja, zu den Menschen in der DDR. Und das wollten sie hören. Und er wusste das. Und so wurde er dann gewählt. Als der Kanzler der Einheit. Das ist normal. Das macht man so. Aber tiefer gehende Fragen standen ja gar nicht auf der Agenda. Es ging nur darum, dass erstmal blühende Landschaften herbeigeschafft wurden. Und so kam es ja dann auch. Die Autobahnen wurden dreispurig neu durchgepflastert. Und plötzlich waren die Läden voll. Und der Laden lief. Und es wurde gehandelt. Und der Kapitalismus fing an sich wie ein Geschwür da auch auszubreiten. Die Leute wurden über den Tisch gezogen. Reihenweise verkauften ihre Häuser, Grundstücke und Ländereien oder sonst was. Und ja, die ganze Geschichte. Die Leuner-Affäre und was es alles gab. Gigantisch. Gigantisch. Kapitalismus vom Feinsten. Willkommen in der Bundesrepublik. Willkommen in der neuen Freiheit, die ja auch keine Freiheit ist. Freiheit ist dort nicht zu finden, wo sie uns angeboten wird. Freiheit ist im Geist. Frieden ebenso. Glück ebenso. Man kann das nicht kaufen. Und in Körpern war es nie zu finden. Aber das hatten wir gehofft. Und deswegen, derjenige, der hier wirklich enttäuscht ist, der ist gezwungen geradezu, auf eine andere Ebene zu gehen. Und um diesen Schritt geht es. Ja, ich hoffe natürlich, dass das Ganze da nicht in einen Bürgerkrieg ausartet, was jetzt so läuft. Es ist dramatisch. Die Menschen sind verzweifelt und es wird sicherlich auch Gewaltexzesse geben. Davon kann man, muss man fast ausgehen. Weil je mehr Verzweiflung da ist, umso stärker wird der Druck. Und je mehr Druck da ist, umso rabiater werden die Menschen. Das kann ich alles nachvollziehen. Nur ist das prinzipiell keine gute Lösung. Es geht um Widerstand. Ja, es geht um friedvollen Widerstand. Ja, bin ich dafür. Und es geht um tiefere Fragen jenseits davon. Und diese Fragen, die muss man sich stellen. Denn nehmen wir mal an, das geht alles ziemlich gut aus. Und im neuen Jahr wird die ganze Geschichte relativ friedvoll abgeschlossen. Und man kommt wieder auf den Teppich. Und die Menschen sind wieder alle vor dem Gesetz gleich. Und das Grundgesetz ist wieder eingesetzt und gilt. Und wir fangen an, das Ganze aufzuarbeiten. Ja. Und wir gehen zur Tagesordnung über und es wird weitergemacht wie bisher. Und eine Entgleisung kann es immer wieder geben. Das sagt gar nichts. Das sagt gar nichts. Nach dem Dritten Reich hätte man meinen sollen, sowas kann nicht wieder passieren. Dass Menschengruppenminderheiten ausgeschlossen werden vom sozialen Leben. Das ist unmöglich in Deutschland. Das hätte sich doch niemand träumen lassen. Aber jetzt haben wir, ja, diesen Zustand. Die Ungeimpften sind vogelfrei. Und die Geimpften fühlen sich verarscht. Weil ihre Impfung nicht das bringt, was ihnen versprochen worden ist. Und da kann ich auch verstehen, die Leute sind enttäuscht. Die sind stinksauer. Und die sagen sich, wieso muss ich noch eine Maske tragen? Wieso muss ich mich noch testen lassen? Ich bin doch geimpft. Und ich habe jetzt den dritten Booster drin. Und ich weiß nicht mehr, was das Ganze soll. Genau. Wunderbar. Je mehr Enttäuschte, umso mehr kommt der Prozess eines inneren geistigen Hinterfragens und Weiterschreitens in Gang. Anders lernen Menschen nicht. Wenn der Laden läuft und es ihnen gut geht, dann sagt mir doch jeder, Reinhard, was soll ich mit deiner Geistesschulung? Was soll ich damit? Die Welt brennt immer. Krisen gibt es immer. Gab es immer und wird es immer geben. Hier in dieser Welt ist nichts zu gewinnen. Es geht um eine Ebenen, um einen Ebenenwechsel. Hinüber in den Geist. Und jetzt kommen diese Tendenzen, dass wir mit KI, künstlicher Intelligenz verschmelzen sollen. Man will den Menschen perfektionieren in der Form. Das ist so ziemlich das Verrückteste, was man sich vorstellen kann. Als wären wir dann Götter. Und das wird daran gemessen, man weiß alles. Man hat den ganzen Brockhaus sozusagen auf einem Chip im Hirn und kann alle Infos abrufen. dieser ganze Unsinn. Information. Wissen, Wissen, Wissen. Wissen ist Macht. Es ist einfach nur verrückt. Und was ist mit der Liebe? Was ist mit dem Geist? Gibt es einen Geist? Er wird reduziert auf Dateneinheiten. Ja, auf Kilobyte, Terabyte, was auch immer. Ja, und das ist dann das neue Menschenbild. Das ist so geistlos. Es tut nur weh, wenn man es fühlt. Und da nicht mitzumachen und da auszusteigen und ja, den inneren geistigen Weg zu gehen und sich nur noch ums Erwachen zu kümmern. Trotzdem hier noch normal zu leben und sinnvoll zu agieren zum Wohle des Ganzen. Ja, wir wollen dienlich sein und hier unseren Teil zu beitragen. Gerne. Ich mache es gerne. Nach wie vor. Aber ich bin nicht bereit, meine inneren Werte zur Disposition zu stellen. Das, woran ich im Innersten glaube und was ich weiß, dass es da ist, das werde ich nicht verleugnen. Den Geist. Ich habe zu viele Erfahrungen gehabt, dass ich das leugnen kann. Es geht nicht und ich werde es nicht machen. Und es wird Kreise geben, in denen kann man darüber sprechen und es wird Kreise geben, in denen kann man nicht darüber sprechen, weil die es nicht hören wollen. Und das darf so sein. Da trennen sich dann gewisse Wege, erst mal scheinbar. Da sagen manche, ich will hier noch tiefer eintauchen. Wie mir mal eine Frau sagte, Reinhard, ich will ganz oben mitspielen. Ich will Macht. Und da dachte ich nur, dann trennen sich hier unsere Wege. Dann wünsche ich gute Reise. Da bin ich nicht dabei. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nun wirklich nicht, weil es nichts bringt. Aber sie brauchte das noch. Wo auch immer sie jetzt mitspielt, es ist mir egal. Es ist ihr Weg. Ich achte das. Ganz einfach. Also, die spannende Frage, die ich hier stelle, lautet, was kommt nach der überwundenen Krise? Nehmen wir mal an, die Sache geht in Anführungsstriche relativ gut aus und die Leute kommen wieder zur Besinnung und merken, was sie getan haben. und die Politiker rudern langsam zurück, weil sie es müssen, weil die Mehrheit nicht mehr mitmacht, weil das ganze System zusammenzubrechen droht. Nehmen wir mal an. Aber was kommt dann? Machen wir weiter wie bisher? Zurück zum Alten? Auch das paradiesische Leben in der Natur ist ja nicht die letzte Antwort. Das darf sein. Ich sage nichts gegen Natur und gesunde Landwirtschaft und all diese Dinge. Keine Frage. Ich genieße sie ja selber hier in der Toskana. Aber das ist nicht die eigentliche Antwort. Das sind Durchgangsstationen. Ich bin ein Reisender. Nur nicht daran festhalten, an all dem, was hier so sich zeigt. Ich weiß, ich bin noch nicht durch. Ich bin noch auf der Reise. Aber der Zielpunkt ist klar und ich sehe das Licht am Ende des Tunnels. Und das ist schon mal eine ganze Menge. Ich weiß, wo ich hin will. Und ich fühle ganz genau, wenn ich in die falsche Richtung renne. Und kann es korrigieren. Habe die Werkzeuge der Geistesschulung voll zur Verfügung und setze sie ein, so gut ich kann. Perfekt ist hier gar nichts. Für die unperfekten, für die suboptimalen Schritte vergebe ich mir dann ganz freundlich. Es ist nicht schlimm. Das kann passieren. Aber ich kann Korrekturen vornehmen. Das ist der Punkt. Und dazu lade ich ein. Das ist der Weg der Geistesschulung. Und wenn das möglich ist im neuen Jahr und das Seminare laufen können, unter welchen Bedingungen auch immer, ich mache es. Ich werde es machen. Mich hält da niemand auf. Wenn es sein darf, wird es sich fügen. Ich bin bereit. Weil ich weiß, dass viele, viele danach suchen und wirklich das anwenden wollen und ernsthaft unterwegs sind. Und nicht nur davon reden, dass sie unterwegs sind, sondern es auch tun. In stillen Stunden bleiben sie dran und ringen um den inneren Weg. und das weiß ich zu schätzen. Und ich darf an dieser Stelle sagen, ihr tut es auch für mich und ich tue es für euch. Wir ringen füreinander, miteinander und unterstützen uns dadurch. Es ist eine große Kraftwelle, die da entsteht im Geist. Und die brauchen wir mehr denn je. Jeder Einzelne, im Kleinsten, ist da wichtig. Jedes menschliche Herz, das lieben will und das diese Liebe sucht, über den Prozess der Vergebung. All das ist wichtig. In diesem Sinne bleiben wir dran. Egal, wie lange die Sache hier dauert und wie sie ausgeht, es spielt keine Rolle. Ich wünsche mir eine friedvolle Revolution. Wir brauchen sie dringend. In der DDR war das damals relativ gut geglückt, das muss man sagen. Respekt. Es fügte sich etwas. Ob es diesmal so gut läuft, wir werden sehen. Diesmal sind viel mehr betroffen. Die halbe Welt, die ganze Welt, wie auch immer. Lasst uns dranbleiben, im Geist. Bis zum nächsten Mal.